Jetzt Bauer Call. Was ja gut zu uns passt, zu Primaten, ich gehe hier als Affe, das ist ja auch für viele Affen, das würde ja auch sozusagen vielen Umweltschützern, Tierschützern gefallen, wenn da im Menschenkäfig sitzt, ist es ja zumindest kein Tier, was allein muss. Also ich habe mich jetzt als Affe hier beworben, man sieht ja, das passt, aber als ich mich beworben habe, und das ist laut geworden, da gab es sofort eine Vielzahl von Angeboten. Ja, Affen werden überall gebraucht, Bundesregierung, Parteien, Weißes Haus, da hätte ich als Affe anfangen können, aber die haben ja einen Blonden. Hau rin und pisch nicht in, es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Tschüss. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.